Wäre ich ein Buch zu lesen? Welche Art von Buch wäre ich? Einst, das noch nie da gewesen, wäre ich ein Buch für dich? Oder legtest du nach dem ersten Satz die Story aus der Hand? Ein ungelesener Bein, der Tier niemals am Herzen liegt, weil sein Papier mehr als er in Hart biebt. Wäre ich ein Buch im Leben? Welche Art von Buch wäre ich? Einst, das noch nie da gewesen, wäre ich ein Buch für dich? Bliebest du mir treu bis zum letzten Wort, wie immer es auch heißt? Auch wenn du es längst weißt, ein Buch, das du von neuem liest, in dem du dich auch selbst beschrieben siehst. Bliebest du verstehst, was ich sagen will und nur zwischen den Zeilen steht, was kein Satz verrät. Buch, das mit dir weint und lacht, das dein Begleiter ist weit Tag und Nacht, mit dir träumt und mit dir wacht. Das Buch, das du manchmal hast und liebst, das du mit mir schreibst, es wird mit dir enden. Wenn jemand, der Bände spricht, er verlässt dich nicht, wenn das Blatt sich wenden will. Wäre ich ein Buch im Leben? Wärdest du mein Leser sein? Gebe es kein Buch daneben? Wäre jede Seite dein? Bliebest du mir treu bis zum letzten Wort, wie immer es auch heißt? Auch wenn du es längst weißt, Buch, das du von neuem liest, in dem du dich auch selbst beschrieben siehst, seine Story kennst. Du genauso hast wie liebst, die du mit mir schreibst, sie wird mit dir enden. Jene war, der, der nicht spricht, er verlässt dich nicht, wenn das Blatt sich finden liebt. Das war Peggy Corneli, Start Nummer 7, der ist ein Buch.